So, ich hatte jetzt im letzten Video so viel Spaß an diesem aus meiner Sicht völlig unwichtigen Text, dass ich jetzt aus purer Freude, aus purer Lust weitermache mit diesem Text, der den Titel trägt Panrelationalismus. Ich habe es im letzten Video auch mehrfach falsch gesagt, weil es so ein Wortungetüm ist. Also, wer sich hierhin verirrt hat, ist genau mein Text von Richard Rorty, einem verstorbenen amerikanischen Philosophen, der lustige Ansichten vertritt und ich vertrete auch lustige Ansichten, andere Ansichten und aus diesem ganzen Spiel ergibt sich jetzt folgendes. Also, ich mache jetzt ohne große Vorrede weiter, weil ich habe im letzten Video wieder nach meinem Gespräch viel zu viel kommentiert und abgeschwoffen bin ich, dass ich jetzt einfach weitermache. Wir sind auf Seite 213. Rorty schreibt, so viel möchte ich sagen, um das, was ich unter Panrelationalismus verstehe, in groben Wagenzügen zu skizzieren. Jetzt möchte ich einen Vorschlag im Hinblick darauf machen, wie man die Dinge vom panrelationalistischen Standpunkt aus betrachten sollte. Dieser Vorschlag besagt, dass man alles so auffassen sollte, es handelt es sich um eine Zahl. Spannend. Das ist fast schon subversiv. Also, wer die große Rolle begreift, die die Mathematik für den Platonismus gespielt hat, und hier geht es um eine Verabschiedung, eine konsequente Verabschiedung des Platonismus, der muss also jetzt fast, also das ist schon wirklich subversiv, die ausgerechnet die Zahlen, mit den Zahlen den Platonismus zu überwinden, das ist also fast ein wirklich ein guter Scherz von Rorty. Also, nicht, dass das nicht gelingen könnte, also er hat große, starke und also unmittelbare Plausibilität für sich, aber sozusagen geistesgeschichtlich ist das wirklich. Chapeau! Was mein jetziges Vorhaben betrifft, zeichnen sich Zahlen eben dadurch aus, dass es extrem schwer fällt, sich auszumalen, sie hätten ein intrinsisches Wesen, also würden nicht darin bestehen, wie sie sich auf anderes beziehen, also mehr, weniger, wie sie im Verhältnis teilbar durch x und so weiter oder Wurzel aus und so weiter, also die mathematischen Grundoperationen. Es fällt schwer, sich von einer Zahl ein Bild zu machen, demzufolge sie einen Wesenskern hat, und genau darum geht es im Pan-Relationalismus, nach Rorty die Vorstellung von einem Wesenskern, von einer internen Identität oder intrinsischen Qualität von Dingen, auch Menschen, zu verabschieden. Konsequenzen verabschieden und also alles in Bezügen zu denken und auch alles Sein als ein Sein in Bezügen zu denken, also ein Sein, das ohne Bezüge und Vorbezügen gar nicht existiert, sondern sozusagen erst in Bezügen überhaupt ist. Das ist also, wenn man so will, ist das fast eine ontologische These, obwohl es eigentlich nicht so gemeint ist. Es ist eigentlich auch eine Verabschiedung von Ontologie, könnte man behaupten. Natürlich kann man es aber auch ontologisch oder metaphysisch lesen, als wäre es eine metaphysische, ontologische These. Das nur am Rande. Für Philosophen, die das interessiert. Also nochmal. Zahlenmagier. Es gibt ja so Spirituelle, die Zahlenmagie machen und behaupten mit der Qualität die Zahl 5 oder 4 oder hat die Qualität. Und wenn dein Geburtsdatum daraus besteht und so, dann bedeutet das das und das. Das gibt es ja durchaus. Zahlenmagie. Aber für Rorty ist das völlig absurd. Und das bringt also ins Feld, um eine allgemeine Denkform zu diskreditieren oder ihre Überwindbarkeit oder ihre Nicht-Alternativlosigkeit zu zeigen. Eine Alternativlosigkeit, also an der Leute wie Platon, Aristoteles und vielleicht auch Kant hart gearbeitet haben. Genau das soll jetzt aufgelöst werden und es soll gezeigt werden, dass wir uns auf die Welt beziehen können oder Welt ganz anders begreifen und denken können, als es eben traditionell die europäische Philosophie getan hat. In ihrem, sagen wir mal, Hauptstrang. In dem populärsten Strang, bekanntesten Strang oder wirkungsvollsten Strang. Das, was hier verlangt wird, ist eine Beschreibung der 17, die anderer Art ist als zum Beispiel die folgenden Beschreibungen. Weniger als 22, mehr als 8, die Summe von 6 und 11, die Quadratwurzel aus 289, das Quadrat von 4,123,1,05, die Differenz von 10.678.922 und 1.678.905. Irgendwie kommt mir das komisch vor, aber egal, vielleicht fehlt hier eine 0. Das Unangenehme an all diesen Beschreibungen ist, dass offenbar gar keine von ihnen der Zahl 17 näher kommt als eine der übrigen. Also sozusagen, man kann die 17 so und so und so beschreiben und alle Beschreibungen sind austauschbar, weil alle bedeuten innerhalb der Logik der Mathematik halt 17. Und keine ist wahrer oder essentieller, wesenhafter oder wichtiger als eine andere. Das ist also die Pointe dieser Metapher oder dieses Vergleichs. Nicht minder unangenehm ist, dass es offenbar zahllos viele weitere Beschreibungen gibt, die sich im Hinblick auf 17 anführen ließen und die allesamt genauso akzidentiell, akzidentell, schreibt er hier, und extrinsisch wären, wie die genannten. Keine dieser Beschreibungen scheint uns einen Hinweis auf die intrinsische 17-Haftigkeit von 17 zu geben. Also sozusagen, es ist die, ja tatsächlich, muss man das so sagen, also er beschreibt das hier sehr treffend, die Auflösung des Intrinsischen an sich. Also sozusagen, es gibt da nur noch Extrinsität, es gibt also nur noch Äußerlichkeit, es gibt gar keine Innerlichkeit mehr. Das hat eine gewisse, also philosophische Sicht ist das tatsächlich charmant oder reizvoll. So, natürlich nicht für alle Philosophen, für manche ist das das nackte, pure Grauen, was Rorty hier tut. Und sie werden also wieder schwere Geschütze auffahren, um Rorty argumentativ auseinanderzunehmen, weil sie das nicht aushalten können oder weil es für sie furchtbar ist, was er hier tut. So, machen wir aber mal weiter mit Rorty. Worauf will Rorty hinaus im Weiteren mit diesen Ausführungen? Keinen dieser Beschreibungen scheint uns ein Hinweis auf die intrinsische 17-Haftigkeit von 17 zu geben, also auf jenes einzigartige Merkmal, doch dass sie zu eben jener Zahl wird, die sie wirklich ist. Denn welche dieser Beschreibungen zum Einsatz kommt, hängt offensichtlich davon ab, welcher Zweck uns vorschwebt, also von der speziellen Situation, die uns überhaupt erst dazu veranlasst hat, an die Zahl 17 zu denken. Lotterie. An diesem Punkt wird die Leserin hoffentlich zu dem folgenden Schluss kommen. Welche Dinge es auch geben mag, die ein intrinsisches Wesen besitzen, Zahlen gehören jedenfalls nicht dazu. Ja, die Anmerkung dazu, dass hier im Text Leserin steht, also das ist eine rhetorische Kniff, den Rorty auch in anderen Texten angewandt hat, zum Beispiel als er die Kunstfigur der liberalen Ironikerin, die bewusst so im Deutschen gefasst ist, benutzt hat, dass man könnte hier von einem generischen Femininum sprechen. Und also ich habe mich durchaus in einigen Phasen oder in einigen Kontexten dazu hinreißen lassen, mich da von Rorty anregen zu lassen. Also einfach mal so nach Lust und Laune neben dem generischen Maskulinum ab und zu einfach das generische Femininum zu verwenden. Warum nicht? Ja, so Jacke wie Hose. Und das tue ich, ohne große Erwartungen daran zu haben. Es gibt ja Leute, die eben davon erwarten, dass man was jetzt so umstellt und wie zum Beispiel ich es manchmal, aber nicht immer tue, statt zum Beispiel von Mann, von Mensch zu reden, also kleingeschrieben Mensch, also wie im Satz, man kann das tun, Mensch kann das tun, um eben inklusiver zu sprechen. Ich habe keine großen, ich tue das gelegentlich selber, aber ich habe keine großen Erwartungen, dass das zur Verbesserung der Welt beiträgt. Anders als einige Linguisten und einige politisch Engagierte glaube ich eben nicht, dass wir durch die Sprache die Machtverhältnisse verändern können. Um die Machtverhältnisse zu ändern, müssen wir die Machtverhältnisse verändern und nicht die Sprache. So, also ich bin da etwas, wie soll ich sagen, handfester unterwegs und glaube, dass die Sprache etwas sehr Leichtes ist und eben nichts etwas sehr Schweres ist. Und dass wir also sozusagen, wenn wir große Dinge bewegen wollen, dann werden wir andere Dinge bewegen müssen als nur die Buchstaben, die aus unserem Mund purzeln oder die Töne, die aus unserem Mund purzeln. So, oder die Schrift, die wir setzen oder stellen. Ja, das ist zu leicht. Wenn Weltveränderung so leicht wäre, dann hätten wir schon x-mal unglaubliche Weltveränderungen gehabt in einer Weise, wie wir sie aber in der Realität nie gehabt haben. Und es gibt natürlich Leute, die sehen das anders. Die sehen so, dass wir hätten schon große Fortschritte gemacht und wir hätten uns gesellschaftlich wahnsinnig, wahnsinnig weit entwickelt und seien unglaublich fortschrittlich. Ich sehe das ganz anders. Ich vermisse gesellschaftlichen Fortschritt schmerzhaft. Und ich sehe uns als in einer Zeit lebend, die sich rückwirkend entpuppen wird, als ausgehendes, wenn wir Glück haben, ausgehendes Spätmittelalter. Wir haben das Mittelalter nie überwunden. Wir erzählen uns nur schöne Geschichten, mit denen wir uns selber behumsen und uns erzählen, wir wären bereits aus dem Mittelalter raus. Aber dagegen spricht so gut wie alles. Zum Beispiel leben wir noch in sturzautoritären Formen. In den meisten sozialen Systemen haben wir das Autoritäre eben nicht überwunden. Nicht mal ansatzweise. Oder zum Beispiel wirkliche reale Machtgleichheit von Männern und Frauen. Wo gibt es die wirklich? Und dann werden halt Dinge angeführt wie, was weiß ich, selbst in England hatte man Margaret Thatcher. Oder eben Angela Merkel als Bundeskanzlerin. Und das sei, also dann hätten wir es schon gehofft. Und das ist natürlich schon eine sehr, sehr naive Annahme, dass das bereits das Ding gewesen sei. Diese Einzelfälle. Und aber im Engru halt weiterhin die Machtverhältnisse ganz, ganz eindeutig sind. Und ganz eindeutig sehr einseitig sind. Und dann kann man eigentlich schon fragen, so, hm, ja, Aufklärung gut und schön. Aber mal ganz vorsichtig gefragt, ohne in falsche Fahrwasser zu geraten, in die zumindest ich nicht geraten möchte, was hat uns die Aufklärung eigentlich gebracht? Hat sie die Fortschritte gebracht, die wir uns von ihr erhofft haben? Bringt sie die? Ist das noch ausstehend? Müssen wir jetzt einfach dranbleiben? Das scheinen nämlich anscheinend viele Leute zu denken, man muss jetzt einfach mehr vom Selben machen, man muss ja weitermachen, man sei schon auf dem richtigen Weg. Und wenn wir also ganz, ganz, wie soll man sagen, hartnäckig dranbleiben an unserer, aus dem, sagen wir mal, 17., 18., 19. Jahrhundert kommenden Tradition bleiben, dann machen wir weitere Fortschritte. Für mich sieht das nicht so aus. Für mich sind also die Entwicklungen, die wir gerade so durchmachen gesellschaftlich, sehr gut erklärbar. Und alles andere als überraschend oder schockierend. Aber für die Leute, die glauben, irgendwie die Aufklärung hätte irgendwie so ganz wesentliche Moves bereits gebracht, oder die französische oder die amerikanische Revolution, wären so ganz entscheidende Schritte in die richtige Richtung gewesen. Die sind überrascht von den momentanen Entwicklungen. Und dann muss man halt schon sagen, wenn du halt ständig überrascht bist von den gesellschaftlichen Entwicklungen, bist du dann in der Realität unterwegs. Weil ich bin nicht überrascht. Ich kann mit den Modellen, mit denen ich so unterwegs bin, super erklären, warum wir gerade die Entwicklungen durchmachen, die wir durchmachen. Das ist natürlich eine Erklärung ex post, also im Nachhinein. Das ist immer sehr fragwürdig. Das ist wie jemand, der einen Ball wirft und dann sagt, genau dahin wollte ich ihn haben. So ungefähr ist das, was ich tue. Nichtsdestoweniger bin ich nicht ständig überrascht und schockiert. Mich überrascht auch zum Beispiel so etwas wie der Krieg, der Angriff Russlands auf die Ukraine nicht. Das ist nicht shocking für mich. Das ist so, was haben wir erwartet, was passieren würde mit den Formen, in denen wir unterwegs sind. Oder eben auch, keine Ahnung, Befragung unter, weiß ich nicht, Männern zwischen 20 und 35 oder was war das in Deutschland? Was war das für eine Zahl? 34% oder 33% der Männer sind der Meinung, dass man Frauen schlagen darf. Ja, 34% haben das schon getan. Joa, wen überrascht das? Und warum? Warum überrascht das? Also, ich will nicht sagen, dass das gut ist. Ich will nur sagen, wir sind nicht so weit, wie wir uns erzählen, dass wir sind. Und dann gucken wir in andere Gesellschaften und sagen, ja, die sind so rückschrittlich. Wir selber sind unglaublich fortschrittlich. Ja, ja. Also, meine Deutung der Geschichte ist relativ simpel. Wir haben auf die völlig falschen Mechanismen gesetzt, auf die völlig falschen Wirkmechanismen. Und wir sind also in so etwas, wenn wir gesellschaftlichen Fortschritt und gesellschaftliche Evolution wollen, wirklich von der völlig falschen Seite in den Stiefel reingeschlüpft. Nämlich von der Seite, wo es kein Vorwärtskommen gibt. Und deswegen machen wir erkennbar keine Fortschritte. Und wie ein Mensch das nicht sehen kann und jetzt einfach mehr vom Selben machen will, weitermachen will auf den Pfaden, auf denen wir keine Fortschritte machen, ist mir unerklärlich. Weil ich will wirklich Fortschritt. Und ich hätte gerne einen Fortschritt, der wirklich funktioniert. Also, ich bin krass unzufrieden mit dem, was uns die Aufklärung gebracht hat. Und nicht, weil ich anti-aufklärerisch unterwegs wäre, sondern, weil ich die untauglichen Mittel kritisiere, die nicht das erzielt haben, was wir uns von ihnen versprochen haben. Ja. Ich nenne es mal ganz freundlich, Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit haben wir nicht realisiert. Nicht mal ansatzweise. Und insofern ist die Frage durchaus, ganz nüchtern zu stellen und angemessen, ob nicht wirklich ganz schwerwiegende Fehler begangen wurden, eben jetzt schon seit Jahrhunderten und auch täglich heute weiterbegangen werden, wenn wir uns gesellschaftlichen Fortschritt wünschen. Wenn wir also größere Schritte nach vorne machen wollen. Substantielle Veränderungen von Gesellschaft. Und dann ist die Frage, auf welchem Weg kriegen wir denn das? Auf welchem Weg ist das realistisch möglich? Nicht Utopie, nicht in einer fernen Zukunft und als Ideal, dem wir uns annähern, aber das wir nie erreichen, sondern ganz handfeste Fortschritte. So handfeste Fortschritte, wie für mich handfeste Fortschritte sind, zum Beispiel, wenn man es sich auf Deutschland bezieht, dass zum Beispiel das Faktum der Vergewaltigung in der Ehe plötzlich anerkannt wird, rechtlich. Das ist für mich ein gesellschaftlicher Fortschritt. Also ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber welches Datum ist das? Vor ganz kurzer Zeit erst in Westdeutschland anerkannt, dass es sowas gibt wie Vergewaltigung in der Ehe. Davor, bevor das rechtlich geändert wurde, war es so, wenn du als Frau von deinem Ehemann vergewaltigt wurdest, faktisch, und du bist zur Polizei gegangen, dann hat die Polizei dir als erstes die Frage gestellt, war das ihr Ehemann, weil dann sind wir nicht zuständig, weil dann ist es rechtlich kein Verbrechen. So war das, bis vor ganz kurzer Zeit in unserem nicht postmittelalterlichen Land. Oder die Auflösung der Hausfrauen-Ehe in Westdeutschland. Wann war das? 1976? Bin ich mir immer nicht ganz sicher, müsst ihr immer nachschauen. Ja, so bis 1976, weiß nicht, wissen das Frauen, heutige, jüngere Frauen, bis 1976 war es so, dass Frauen ihren Mann um Erlaubnis fragen mussten, um arbeiten gehen zu dürfen. Das war so ein, einem, im wirklich urrömischen Sinn, manzipatives Modell, also das, woraus das Wort Emanzipation gebildet wurde, was ein Manizipium ist, kann, kann Mensch auf Wikipedia nachlesen. Also das römische, patriarchale Modell ist scheiß lebendig nach wie vor. Wir sind Erben der Römer und die Römer waren nicht sonderlich demokratiegeneigt. Ja, hatten nie eine Demokratie. Also das, was sie zustande gebracht haben, ist eine Republik und eine Republik ist keine Demokratie. Das sind auch so Unterschiede, die einfach wenig diskutiert werden und ja, also mich wundert nicht, warum wir keine Fortschritte machen, aber ja, lustige, lustige Intellektuelle sind immer wieder neu verwundert und schockiert und rechnen auf merkwürdige Dinge zu, um die nicht Fortschritte zu erklären. Ja, gut, ich lasse das hier weg. Das war jetzt ein nicht zur Sache gehöriger Exkurs. Ich entschuldige mich in aller Form. So, also, kurz, vielleicht noch abschließend, Fortschritte sind möglich, aber auf ganz anderem Weg, als wir sie bisher versucht haben. Ja, und also, Kurzversion lautet, erst Demokratie, dann Aufklärung, nicht erst Aufklärung, dann Demokratie. Wir sind aber von der falschen Seite die Sachen angegangen. Ein aufgeklärtes Mindset von Menschen folgt aus einer demokratischen Praxis. Von einem aufgeklärten Mindset zu einer demokratischen Praxis führt aber, wie wir in der Neuzeit erlebt haben, kaum einen Weg. Ja, es ist also nicht egal, von welcher Seite wir die Dinge angehen. Und es gab bereits eine Aufklärung. Erkennbar gab es bereits eine Aufklärung in unserer eigenen Antike, in der griechischen Antike. Ja, die war aber postdemokratisch. Sie wurde durch die Demokratie selbst freigesetzt. erst Demokratie und dann kamen große Zweifel an vielen Traditionen auf, plötzlich, weil wir Demokratie hatten. Besonders nicht wir, sondern die ollen Griechen. Oder ein paar von den ollen Griechen. Ein paar sehr provinzielle Handeln, nämlich die Athener. So, und also erkennbar führt Demokratie zu einem anderen Mindset, wenn sie da ist. Und halt das, was so auf Leute wie Kant zurückgeht oder Voltaire, ja, Sapere, Aude und so, wird heute rauf und runter zitiert von allen möglichen Leuten zu allen möglichen Zwecken. Ja, selber denken. Ich habe eine kleine Anmerkung in meinem Urlaub. Ich war jetzt eben gerade, hatte ich einen kleinen Pfingsturlaub in der Schweiz. Dann habe ich bei meinem Gast Gebern das Buch von Harald Welzer Selberdenken mal in die Hand genommen. Dann habe ich ein bisschen reingelesen und es klang so auf dem Ohr, vielleicht sehr vielversprechend. Und dann bin ich über ein paar Sätze gestolpert und dann habe ich das Buch ganz schnell wieder weggelegt. Und dieses Buch heißt Selberdenken. Also, es ist aber so, die paar wenigen Dinge, die ich da von Harald Welzer gelesen habe, haben den Mann für mich für alle Zeiten erledigt. Ich werde nie wieder was von dem Typen lesen. Weil wenn du das auf diese Weise schreibst, was er an diesen Stellen schreibt, dann bist du für mich sowas von uninteressant. Und da hast dich also, der hat aus meinem Horizont gekickt, ja, und das ist also, wie soll man sagen, für mich völlig okay, sich nicht für Leute interessieren. Ich finde zum Beispiel alle Menschen völlig okay, die das völligen Quatsch finden, was ich hier erzähle. Natürlich. Das ist mein Privatvergnügen und im Privaten hat niemand ein Recht, von irgendjemandem wahrgenommen werden zu müssen. Also, wenn euch jemand nicht schmeckt, wenn jemand komische Dinge sagt und wir sind in einem privaten, nicht politischen Kontext, dann muss niemand sich mit niemandem konkreten auseinandersetzen, was keinen Spaß macht, was keinen Bock macht, legt Mensch am besten einfach weg. Und Harald Welser macht mir keinen Spaß, also weg damit. Ja, und wem ich keinen Spaß mache, weg damit. Weg klicken, interessantere Dinge anschauen, nach dem eigenen, subjektiven Gusto. Das ist ähnlich wie Essen. Wenn es euch nicht schmeckt, dann zieht es euch nicht rein. So simpel. Ja. Und ich mache das also konsequent, das habe ich gelernt. So qualvoll, durch ein sehr schmerzhaftes Philosophiestudium habe ich das erlernt, dass es ein Muss ist, dass wir uns nicht antun, was uns nicht gut tut. So. Und Rorty tut mir ein Teil gut. Wie ein Mensch vielleicht merken kann, ist es so, dass ich viel Freude habe, Rorty zu besprechen, obwohl und vielleicht gerade, weil ich in vielen Punkten fundamental, grundsätzlich, diametral anderer Meinung bin als Rorty. Aber in einigen Dingen ist er mir sehr sympathisch gleichzeitig. Und das macht es so schön spannend. Die Gleichzeitigkeit von völligem Widerspruch und völliger Einigkeit. Ja, in einem Autor, also wo man einen Punkten völlig zustimmen möchte und anderen Punkten völlig widersprechen möchte, das macht einen Autor also erst richtig interessant, aus meiner Sicht. Wenn jemand, der mir in allem zustimmt, ist langweilig. und jemanden, wo ich in allem eine völlig andere Meinung habe oder in für mich ganz zentralen Punkten, ist unerträglich. Also gehe ich solchen Leuten aus dem Weg und ich hoffe, dass Leuten, denen es mit mir so geht, mir konsequent aus dem Weg gehen und sich mich nicht antun aus einem fehlgeleiteten, völlig fehlgeleiteten Annahme, man müsse sich mit bestimmten Personen auseinandersetzen. Warum? Ja? Warum muss ich Kant lesen, wenn mir Kant keine Freude macht? Wozu? So. Und ja, das mag sehr hedonistisch sein, aber ist für mich ein realistischer Umgang mit der sehr begrenzten Lebenszeit, die wir alle haben. Und sehr begrenzten Aufmerksamkeit. Und sehr begrenzten Tageswachzeit. Und eine Welt voller Pflichten und Bedürfnisse, die wir auch noch haben, nebenher. So, zurück zu Rorty. An diesem Punkt wird die, es ging um die Zahl 17 zur Erinnerung, vor meiner Abschweifung. An diesem Punkt wird die Leserin hoffentlich zu dem folgenden Schluss kommen. Welche Dinge es auch geben mag, die ein intrinsisches Wesen besitzen, Zahlen gehören jedenfalls nicht dazu. Es lohnt sich einfach nicht, im Hinblick auf Zahlen Essentialist zu sein und ein inneres Wesen der Zahl anzunehmen, außer für einige sehr spirituelle Menschen, für die macht das absolut Sinn. In meinem Geburtsdatum wird die Quersumme 22 gebildet. Und das bedeutet, ich bin ein so und so Mensch und mein Leben wird so und so verlaufen. Ja, wenn du meinst, wenn das dir Freude macht, alles gut für mich. Ich habe da kein Problem mit. Du bist dann vielleicht nicht der Mensch, mit dem ich mich länger unterhalte, aber dafür finden es sicher andere, die sich gerade deswegen, weil du das vertrittst, sehr gerne mit dir unterhalten. Ich bin halt dann keiner davon. Aber alles gut. Wir können uns ja aus dem Weg gehen. Alles perfekt. Oder wenn wir uns treffen, dann reden wir vielleicht über andere Dinge, wo wir nicht so fundamental, diametral verschiedener Ansicht sind. Wir können immer noch andere Themen finden, zum Beispiel, dass wir beide gerne Katzen streicheln oder so. Oder dass wir einen bestimmten Musiker oder eine bestimmte Band mögen. Wir müssen ja nicht über unseren Dissens, über Zahlenmagie reden. Niemand zwingt uns dazu. Und also es gibt auch unproduktive Reibungen. Manche Menschen glauben ja, alle Reibung ist gut. Jeder Streit ist gut. Also dann habt ihr nicht die Streitkulturen erlebt, in denen ich aufgewachsen bin. Die waren sehr streitbar und haben mich also fundamental geheilt von der Illusion, dass Streit immer gut sei. Und meine Familie ist, um offen zu reden, vollkommen zerstritten. Ich bin in Streit aufgewachsen. Und deswegen habe ich nicht sehr viel Interesse an den vielen unproduktiven Formen von Streit, die da draußen sind und verherrlicht und vergöttert werden. Warum ist mir rätselhaft? Also da frage ich mich dann immer, was haben die Leute erlebt? Also nicht das, was ich erlebt habe. So, zurück zum Text. Der Panrelationalismus ist außerdem der Meinung, dass es sich ebenfalls nicht lohnt, eine essentialistische Theorie zu vertreten, wenn es um Tische geht. Also nicht um Zahlen, sondern um anderes. Um Tische geht oder Sterne oder Elektronen, Menschen, akademische Fächer, das Wesen der Philosophie, das Wesen der Mathematik, das Wesen der Physik, das Wesen der Biologie, das Wesen der Deutschen und vergleichenden Volkskunde. Ein akademisches Fach habe ich mal studiert, unter anderem. So, soziale Institutionen oder sonst etwas. Jetzt habe ich den Satz so zerschossen, ich lese ihn nochmal. Der Panrelationalismus ist außerdem der Meinung, dass es sich ebenfalls nicht lohnt, eine essentialistische Theorie zu vertreten, wenn es um Tische geht oder Sterne, Elektronen, Menschen, akademische Fächer, soziale Institutionen oder sonst irgendetwas. Unser Vorschlag lautet, man möge alle derartigen Dinge so erfassen, als ähnelten sie in der folgenden Hinsicht den Zahlen. Es gibt nichts, über sie in Erfahrung zu bringen, außer einem unendlich großen, immerfort erweiterbaren Netz von Beziehungen zu anderen Dingen. Alles ist in Beziehung und alles ist Beziehung. Es hat keinen Sinn, nach Relata von Relationen zu fragen, die nicht auch ihrerseits Relationen sind. Also auf eine gewisse Weise ist Rorty hier durchaus sehr nahe dran an dem, was, glaube ich zumindest, Leute wie Derrida und auch Leute wie Luhmann zu sagen versuchen. Also die sich auch sehr stark mit Unterscheidungen und dem Spiel der Unterscheidungen befassen. Und da hat man mir mal beigebracht, keine Ahnung, ob es stimmt, in meinem komischen Philosophiestudium, dass also die Bedeutung eines Begriffs immer von ihren oder seinen Gegenbegriffen her erfolgt. Also sozusagen ohne Unterscheidung ist ein Begriff nichts. Also ganz banal, weiß ist nichts ohne schwarz, wenn weiß und schwarz überhaupt Gegenbegriffe sind. Und also zum Beispiel sowas wie Demokratie ist nichts, wenn wir nicht Autoritarismus dagegen halten oder andere Dinge, die wir für den Gegensatz halten. Ich halte ja zum Beispiel den Kerngegensatz der Demokratie, gerade nicht die Tyrannis, sondern die Stasis. Und es ist eben nicht egal, ob wir die Demokratie von der Tyrannis her denken, also im Gegensatz Paar denken, Demokratie versus Diktatur oder Demokratie versus Stasis oder zu Deutsch Demokratie versus Parteienkampf. Ja, beständiger Parteienkampf. Und je nachdem, wie wir Begriffe aufmachen, wovon wir die Dinge unterscheiden, werden die Dinge etwas anderes, sind sie immer schon etwas anderes. Und das sind also sozusagen Grundannahmen auf die oder Grundoperationen, auf die eben Leute verweisen, wie auch der von Luhmann so viel zitierte George Spencer Brown. Ja, dieses Spiel geht nur zu zweit. Haben wahrscheinlich weniger gelesen als The Laws of Form, Die Gesetze der Form. Und so weiter. Also, das sind so, ja, also in sehr unterschiedlichen Theorieformen oder sehr verschiedenen Ansätzen so Dinge, die Mensch so lernen könnte oder annehmen könnte oder mit denen Mensch mal so spielen könnte und dann könnte, könnten wir schauen, wohin uns das bringt. Wir können auch einfach lustige Gegenbegriffe bilden. Wir können zum Beispiel sagen, der Gegenbegriff zur Tasse ist grün. Ja, und dann können wir gucken, wo es uns hinbringt. Oder der Gegenbegriff zur Tasse ist Tisch. Oder der Gegenbegriff zur Tasse ist Katze. Und je nachdem, von was wir Tasse unterscheiden, um eben zu begreifen, was eine Tasse ist, nimmt die Tasse in uns andere Formen an. Macht das Sinn, was so zu sagen? Also, wird die Tasse etwas anderes? Ja, und wenn wir die Tasse vom Teller unterscheiden, passiert etwas anderes, als wenn wir die Tasse vom Glas unterscheiden. Das ist vielleicht ein näherliegende. Andere Dinge fallen uns auf. Andere Beziehungen, alle andere Unterschiede werden in den Fokus gerückt. Und insofern gibt es also ein beständiges Spiel der Unterscheidungen, das niemals endet. Und darauf möchte, glaube ich, Rorty hinweisen, ganz freundlich. So würde ich das jetzt mal ein bisschen erden oder runterfahren. Ich weiß gar nicht, ob das eine Erdung oder ein Runterfahren überhaupt ist. Wir machen mal weiter mit Rorty statt mit meinem Geseier. Also, Rorty fährt folgendermaßen fort. Denn alles, was als Relatum einer Relation fungieren kann, lässt sich in eine weitere Menge von Relationen zerlegen. Und immer so weiter und immer so fort. Infiniter Regress. Es hört nie auf. Es gibt hier sozusagen nichts außer Relationen durch und durch nach unten und seitwärts in alle Richtungen. Nie kommt man an einem Ort, der nicht seinerseits bloß wieder ein Geflecht von Relationen wäre. Es gibt also keinen Standpunkt, der außerhalb aller Beziehungen stünde. Ein Standpunkt, auf den Platon geradezu manisch hinaus wollte. Also, wenn man mit Rorty im Ohr nochmal sowas liest, wie zum Beispiel das Liniengleichnis Platons, dann vielleicht begreift man, dass das wirkliche Antithesen, Antitheorien sind. Ja, also sozusagen, das, was Platon versucht hat, ist das Gegenteil von dem, was Rorty hier vorschlägt. Und Rorty schlägt natürlich dieses hier vor, unter anderem deswegen, weil es das exakte Gegenteil ist von dem, was Platon versucht hat. Wenn ich sage, das exakte Gegenteil, bin ich aber jetzt schon raus aus Rortys Form, weil sozusagen, es gibt nicht das exakte Gegenteil. Man kann ganz viel, Mensch kann ganz viel Platon entgegensetzen und je nachdem, was wir Platon entgegensetzen, verändert sich eben auch Platon für uns mit. Es gibt keinen den natürlichen Unterschied zu Platon. Weil das würde voraussetzen, dass Platon ein inneres, oder die Platonenschiffe insofern ein inneres Wesen hat, was Rorty genau negieren möchte. So, zurück zu Rortys Text. Das System der natürlichen Zahlen ist ein gutes Modell der Welt, denn in diesem System ist es offensichtlich und offensichtlich harmlos, dass es keine Relata von Relationen gibt, die nicht selbst wieder Cluster weiter Relationen sind. Die Behauptung, dass sich Relationen überall hin erstrecken, ergibt sich als Korollar aus dem von Sellers so bezeichneten psychologischen Nominalismus. Also aus der Theorie, dass es nichts über die Dinge zu wissen gibt, außer dem, was in Sätzen darüber beschrieben wird. Denn jeder Satz über einen Gegenstand ist eine explizite oder implizite Beschreibung seines Verhältnisses zu einem anderen Objekt oder mehreren anderen Objekten. Demnach gilt, wenn es keine Erkenntnis durch unmittelbare Bekanntschaft gibt, kein Wissen, das nicht die Form einer satzbezogenen Einstellung annimmt, dann gibt es nichts über irgendeine Sache zu wissen, außer ihren Beziehungen zu anderen Dingen. Wollte man darauf bestehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem nicht relationalen, einem nicht relationalen, Entschuldigung, nochmal der Satz. Wollte man darauf bestehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem nicht relationalen Ordo Essendi und einem relationalen Ordo Kongnussendi, so liefe das unweigerlich auf eine Neuerschaffung des kantischen Dings an sich hinaus. Und genau das möchte Rorty vermeiden. Wer diesen Schritt tut, ersetzt die utopische Hoffnung auf eine von Menschen selbstgemachte Zukunft durch Sehnsucht nach Unmittelbarkeit, durch die Hoffnung auf Erlösung, durch eine nichtmenschliche Kraft. Das heißt, man erfindet die von Heidegger so bezeichnete ontotheologische Tradition von Neuem, eine Tradition, die Aristoteles an Kant bindet und die ohne modale Unterscheidungen gar nicht weiter bestehen kann. Für den Vertreter des psychologischen Nominalismus ist keine Beschreibung eines Gegenstands in höherem Maße eine Beschreibung des Wirklichen im Gegensatz zum scheinbaren Objekt als irgendeine andere Beschreibung und keine von ihnen ist eine Beschreibung der Beziehung, in der das Objekt sozusagen zu sich selbst steht, also zu einer Identität mit dem eigenen Wesen. Freilich gibt es manche Beschreibungen, die besser sind als andere. Da muss man fragen, hinsichtlich was? Doch dieses Bessersein hängt davon ab, dass es sich um nützlichere Werkzeuge handelt, nämlich Werkzeuge, die einem von Menschen gesetzten Zweck besser dienen als konkurrierende Beschreibungen. Also sozusagen, es gibt dann durchaus Priorisierung, es gibt Wesentlicheres und Unwesentlicheres, aber immer nur für uns, nie an sich. Und zwar auch nur für uns, hinsichtlich dessen, dass wir gerade irgendwas erreichen wollen oder irgendwas tun wollen oder irgendwelche Bedürfnisse befriedigen wollen. Und kann man sagen, also das ist ein besserer Weg, was weiß ich, Hunger zu stillen als der Weg. Ja, so, macht eher satt, dieses Essen macht eher satt als das. Oder wenn ich mir in schnellem Tempo, keine Ahnung, Vitamin C zu viel führen will, wenn das der Zweck ist, weil ich habe gerade Vitamin C Mangel, dann esse ich eher das als das. Ja, so, mehr, wesentlicher wird es nicht. Ja. Und insofern gibt es also keine inhärente Hierarchie der Dinge, außer, dass eben manche Wege funktionaler sind, ja, zielführender sind und zum Beispiel weniger Kraft kosten, um zum Beispiel Bedürfnisse zu befriedigen. Geht dann eigentlich um sowas wie letztlich tatsächlich eine fast ökonomische Logik, eine Effizienzlogik. Das ist für manche ein Horror, für mich nicht, weil ich davon ausgehe, dass Leben in einer tatsächlich inhärente ökonomischen Logik immer folgt. Ja, alles Leben ist ökonomisch. Alles Leben hat begrenzte Ressourcen und muss sich überlegen, wie es mit diesen begrenzten Ressourcen angesichts bestehender Probleme, die sich natürlich wieder auf diese Lebensform beziehen, umgeht. Und da alles Leben nur begrenzte Kraft, begrenzte Energie hat, ist alles Leben in sich ökonomisch. Also Lebensvollzüge sind wahnsinnig gut ökonomisch beschreibbar und das tun viele Evolutionsbiologen auch. Und wenn man die Beschreibungen von Lebensformen von Evolutionsbiologen liest, dann operieren die offensiv mit ökonomischen Begriffen und das ist für mich alles andere als Horror, sondern super naheliegend. Ja, kriegt man ein gutes Bild, hat so das Gefühl, ganz subjektiv, dass ein Mensch ganz gut versteht, warum sich bestimmte Dinge zum Beispiel verändert haben, bestimmte Lebensformen, weil zum Beispiel bestimmte Dinge, Organe oder eben Lebensformen sehr plötzlich unter veränderten Umweltbedingungen sehr teuer wurden, sehr kostspielig wurden, sodass also sozusagen einfach die Lebensform es nicht die Kurve gekriegt hat und dann ausgestorben ist. Und zum Beispiel ist unser Gehirn wahnsinnig energieintensiv und teuer, also ein evolutionäres Risiko, ein solches Gehirn zu bilden. Wenn man sich fragt, warum haben nicht mehr Arten ein solches Gehirn gebildet, dann ist eine von mehreren Erklärungen, dass damit sich ein so komisches Gehirn wie bei uns Affen bilden kann, also bei dieser Affensorte, die hier vor dem Mikrofon sitzt, dann muss eine längere Zeit die Ernährungslage relativ gut gewesen sein, weil sonst ist das ein hohes Risiko, ein solches Gehirn, das derart viel Energie verbraucht, auszubilden, wie wir Menschen es alle haben. Und es gibt also keine evolutionäre Entwicklung, die ohne Risiko ist. Es kann immer ein Dead End sein, es kann immer eine evolutionäre Sackgasse sein, alles. Und es gibt also zahllose, unzählige Beispiele für evolutionäre Strategien von Lebensformen, also wo man bestimmte ökologische Nischen besetzt hat, um die zu besetzen, bestimmte Fähigkeiten und Eigenschaften entwickelt hat und dann hat sich die Umwelt verändert und plötzlich war das hochnachteilhaft. Also zum Beispiel, das geht in die Richtung, wenn wir darüber nachdenken, warum einige Dinosaurier überlebt haben. Dinosaurier sind ja nicht ausgestorben. Es gibt Arten, die haben überlebt. Also die Vögel sind ein Beispiel, aber auch sowas wie Komodowarane, Krokodile, auch auf eine gewisse Weise Schlangen. Und da gibt es interessante Gedanken dazu, warum ausgerechnet diese Arten noch da sind oder Schildkröten. Warum sind die noch da und die anderen nicht mehr? Und es gibt unglaublich interessante Gedanken darüber, warum ausgerechnet der Homo Sapiens noch da ist und nicht zum Beispiel auch der Denisova-Mensch und der Neandertaler, obwohl diese anderen Menschenarten ebenfalls sehr hochentwickelt waren aus unserer Sicht, aus unserer subjektiven Sicht natürlich. Also wenn ich sage hochentwickelt, dann meine ich eigentlich, also wir können nachweisen, Technikgebrauch, ja, von Techniken, wo wir lange dachten, dass das nur der Homo Sapiens hatte. Nö, wissen wir mittlerweile, war nicht so. Neandertaler haben auch zahlreiche Techniken benutzt, von denen wir lange dachten. Das ist aber wirklich jetzt eine Eigenheit des Homo Sapiens und auch Sozialverhalten. Also es ist interessant, darüber nachzudenken, warum einige Arten noch da sind und andere nicht und häufig läuft es auf ökonomische Begriffe hinaus, dass bestimmte Entwicklungen einfach zu kostenspielig waren. Der Energieaufwand, um diese Lebensform zu erhalten und dann kam halt ein Umweltwandel und dann ging halt die Fähigkeit, sich anzupassen, an diesen Umweltwandel verloren und das waren halt andere Arten in der ökologischen Nische, die von vornherein besser angepasst waren oder sich schneller anpassen konnten aus kontingenten, zufälligen Gründen. Und ja, insofern, ich bin ein größer Fan der Ökonomie, ich habe aber die Ökonomie nicht im Fach BWL gelernt, sondern im Fach Philosophie. Also ein Teil meiner philosophischen Lehrer waren philosophische Ökonomiker und die hatten einen sehr, sehr anderen Ökonomiebegriff als der, der in der BWL vermittelt wird. Und das hat mich also sehr gewonnen für ökonomisches Denken. Also ich habe einen ganz positiven Bezug zum Ökonomischen. Ja, ich finde das sehr menschlich, ökonomisch zu denken und unökonomisch zu denken, wie zum Beispiel das ein, gezielt ein, jetzt fällt mir der Name nicht ein, einer dieser Nietzsche Jünger, ein Franzose, Bataille ist es, glaube ich, tut, scheint mir immer ein bisschen so die Homoyosis-Tio-Platons im Nacken zu haben, also der Wunsch, doch ein bisschen göttlicher zu sein, als wir Menschen faktisch sind, ein bisschen unbedürftiger und unbegrenzter zu sein, als wir es faktisch sind. Und ich bin halt jemand, der gern die Grenzen des Menschlichen in unseren Fokus rückt. Also das, was wir Menschen nicht können, woran wir uns nicht anpassen können, wo wir auch kognitive, wo wir emotionale, wo wir psychische Grenzen haben, das scheint mir ein sehr viel liebevollerer und freundlicherer Blick auf uns Menschen zu sein, als jener Blick, den sehr viele, nicht alle, aber sehr viele Philosophen auf uns Menschen geworfen haben, der immer ein Blick war in Richtung Menschen veredeln, Menschen besser machen, Menschen gottähnlicher machen. Das ist immer, aus meiner Sicht, ich wollte sagen ausgeartet, hat sich immer entwickelt in Richtungen, die gewalthaft waren und Unmenschlichkeit gebracht haben. Also der Versuch, aus uns Menschen Halbgötter und Übermenschen zu machen, resultiert grundsätzlich in extremen, gewalthaften Formen. Und dazu gehören auch alle Formen von Erziehung aus meiner Sicht. Deswegen bin ich ein so großer Feind von Erziehung. Aber das nur am Rande, ich bin ein Freund der Menschlichkeit, deswegen bin ich ein Freund der Grenzen. Weil ich ein Freund der Grenzen bin, bin ich ein Freund der Ökonomie. Das nur am Rande. So, jetzt sag ich mir wahnsinnig, wohin ich hier gelange mit Rorty. Das hat, glaube ich, Rorty nicht beabsichtigt. Entschuldigung, Rorty. Das hast du nicht gewollt und auch nicht verdient. So, jetzt mach ich hier weiter. So, also es geht hier um Wissenschaftstheorie, wer es nicht gemerkt hat. Rorty redet hier gerade über Wissenschaftstheorie und das kommt jetzt im Weiteren noch stärker raus. Also, nähert sich Wissenschaft der Wahrheit an, wie sich das noch Platon gedacht hat, oder können wir Wissenschaft anders verstehen als platonisch? Also, freilich gibt es manche Beschreibungen, die besser sind als andere. Doch dieses Bessersein hängt davon ab, dass es sich um nützlichere Werkzeuge handelt als andere Werkzeuge, nämlich Werkzeuge, die einem von Menschen gesetzten Zweck besser dienen als konkurrierende Beschreibungen oder eben konkurrierende Werkzeuge. Konkurrierende Techniken, konkurrierende Methoden. Alle diese Zwecke liegen von einem philosophischen im Gegensatz zu einem praktischen Standpunkt aus betrachtet auf der gleichen Ebene. Es gibt keinen vorrangigen Zweck, der Entdeckung der Wahrheit heißt und Vorrang hat. Wie ich in der letzten Vorlesung gesagt habe, Pragmatisten glauben nicht, dass die Wahrheit das Ziel der Forschung ist. Nützlichkeit ist das Ziel der Forschung und das ist tatsächlich viel, viel näher am neuzeitlichen Wissenschaftsbegriff. Also wer mal ein bisschen mehr in, was weiß ich, auch Thomas Hobbes reingelesen hat, aber wahrscheinlich auch Francis Bacon und Descartes, begreift vielleicht, dass der neuzeitliche Wissenschaftsbegriff tatsächlich ein fundamental anderer ist als der von Platon und Aristoteles. Ja, also wirklich, also es ist eine, ein himmelschreiender Unterschied, den Mensch vielleicht besonders dann gut begreift, wenn er sein Philosophiestudium tatsächlich bei Platon und Aristoteles beginnt. Das habe ich getan. Also meine ersten Seminare, die ich in der Philosophie belegt habe, waren Platon-Seminare. So bin ich in die Philosophie reingewachsen und verwachsen. Und wenn man also ganz viel antike Philosophie gemacht hat und dann plötzlich neuzeitliche, also frühneuzeitliche Philosophen liest, versteht man die nicht. Man versteht nicht, was die da sagen. Es ist völlig krude, völlig wirr aus erst mal. Also bei mir ging es so, ich glaube der erste, den ich dann gelesen habe nach einem intensiven Platon-Studium war Hobbes und ich habe echt ein Ja gebraucht, um mit Platon im Nacken Hobbes zu verstehen, weil das war unverständlich. Der sagt so komische Dinge. Also wenn du durch Platon verdorben bist oder geprägt bist, verstehst du Hobbes erst mal nicht. Und also von diesem Unterschied nur als Symbol oder als Beispiel, dass es wirklich fundamentale Unterschiede im Wissenschaftsverständnis gibt. Und ich glaube, dass Rod hier mit seiner Beschreibung sehr viel näher oder sehr viel besser oder ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, relativ treffend nah dran ist an dem, was auch das Renommee der neuzeitlichen Wissenschaft ausmacht, nämlich ihre Nützlichkeit. Also wir wären gar keine solchen Scientisten, solche Fans, gerade der Naturwissenschaft, wenn die Naturwissenschaft nicht Techniken hervorgebracht hat, die unmittelbar nützlich sind. Wenn es immer noch die Spinnereien der Vorsokratiker werden, trotz der Mythen, die über sie erzählt werden von Anfang an, das Lachen der Thrakerin und so, also trotz der Geschichten, die zum Beispiel über den Vorsokratiker Thales erzählt werden, aus guten Gründen werden die erzählt, über die Nützlichkeit der Philosophie, trotz der Geschichten ist also der große Unterschied, dass die neuzeitliche Wissenschaft ihre Nützlichkeit kaum widerlegbar dargelegt hat. Also sozusagen auch Leute, die sich überhaupt nicht für Wissenschaft interessieren, die sich nullkommar gar nicht für Philosophie interessieren, interessieren sich für die Ergebnisse wissenschaftlicher Tätigkeit, weil sie unmittelbar nützlich sind. Also sie haben halt Techniken hervorgebracht, die so offensichtlich nützlich sind und so offensichtlich beeindruckend sind, dass das das Renommee der Wissenschaft begründet hat. Und das ist in der Antike sehr anders. Also in der antiken Theorie als Praxis geht es um ein ganz anderes Ziel als um die Erzielung äußerer technischer Effekte. Es geht eher um Ziele, die wir heute versuchen, über ganz andere Dinge zu erreichen, also die manche Menschen zum Beispiel anstreben über Meditation oder über Yoga oder andere Techniken, Atemtechniken oder Tai Chi oder Qigong, nämlich um Seelenberuhigung und Seelenharmonisierung. Also das große Versprechen der antiken Philosophie war, dass über die philosophische Tätigkeit, über die Philosophie als Praxis, der Mensch ein in sich ausgeglichenes, wohlgeordnetes Ding selbst wird und dass er das also durch die Philosophie, durch die philosophische Tätigkeit in einem höheren Ausmaß wird als durch irgendeine andere Tätigkeit. Das war das Versprechen, die Wette der Philosophie in der Antike. Und deswegen ging es in der Philosophie Antike immer um den Menschen, aber in einer ganz anderen Form als in der neuzeitlichen Wissenschaft. Auch in der neuzeitlichen Wissenschaft geht es um die Menschen, aber vermittelt über spektakuläre Techniken und spektakuläre Effizienzgewinne oder Energiefreisetzungen. Und darum ging es in der antiken Philosophie nicht. Die antike Philosophie wollte den Menschen veredeln durch die theoretische Tätigkeit selbst und deswegen war die Theorie im ganz aristotelischen Sinne eine Praxis und keine Poiesis. Die neuzeitliche Wissenschaft ist immer Poiesis gewesen und sehr viel weniger Praxis. Das heißt, sie war und ist auch heute oft unmittelbar für den wissenschaftlich Tätigen hochgradig unlustvoll oder frustvoll, schmerzvoll, aber sie ist dennoch extrem nützlich. Und insofern sind viele Wissenschaftler aus heutiger Sicht in einem ganz technischen Sinn tatsächlich Märtyrer in der Menschheit. Sie tun sich Dinge an in ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit, die für sie kaum Gewinn versprechen, aber für die anderen Menschen durch das, was sie hervorbringen, durch die wissenschaftliche Tätigkeit, extremen Sinn Gewinn bringen, weil also ganz tolle Dinge erfunden werden. Aber darum ging es in der antiken Philosophie nicht. Und das sind also Unterschiede, über die ich nicht so häufig was höre. Bei Blumenberg so ein bisschen kann man das lernen, bei Hans Blumenberg. Ja, keine Ahnung, vielleicht ist das auch für andere Menschen nicht so wichtig. Für mich war es extrem wichtig, das zu begreifen. Und da ist also Rorty relativ nah dran, wenn er das jetzt hier sagt. Pragmatisten glauben nicht, dass die Wahrheit das Ziel der Forschung ist. Nützlichkeit ist das Ziel der Forschung. Und es gibt ebenso viele verschiedene nützliche Werkzeuge, wie es Zwecke gibt, denen etwas dienen kann. Und Menschen in einer solchen differenzierten Großgesellschaft, in der wir heute leben, haben unendlich viele Zwecke. Wir können heute unendlich viele Ziele bilden und unendlich viele Vorhaben und Unternehmungen bilden. Daran ist kein Mangel. Nicht in der heutigen differenzierten Großgesellschaft. Und insofern haben wir auch unendlich viele Werkzeuge, die darum konkurrieren, um bestimmte gegebene Zwecke besser oder schlechter zu erfüllen. Und manchmal läuft es geradezu evolutiv ab. Ein Werkzeug ist in der Welt und nachdem es aber in der Welt ist, wird es zu allen möglichen Dingen gebraucht, die alle nicht im Sinne des Erfinders waren. Internet ist ein gutes Beispiel. Auch viele andere Dinge, die erfunden wurden, zu ganz anderen Zwecken, als zu denen, zu denen sie dann sozusagen technisch vernutzt wurden oder ökonomisch vernutzt wurden. Das ist ein Normalvorgang in der kulturellen Evolution. Wenn etwas da ist, kann es auch plötzlich ganz anderen Zwecken dienen. Und das hat etwas auch sehr Unkontrollierbares, wenn es nicht sozusagen kontrolliert wird durch eine gute gesetzgeberische, politische, demokratische Praxis. Aber das wieder nur am Rande. Also kurz gesagt, die technische Evolution ist nicht in sich gut für uns, wenn wir sie nicht kontrollieren und regeln und in Bahnen halten, wie generell Unternehmertum und Wettbewerb nicht in sich und aus sich heraus gut sind, wenn wir ihm keinen geordneten Rahmen geben, in dem er sich abspielen kann. Ich bin ein absolut bekennender Ordo-Liberaler, aber ich bin ein ultrademokratischer Ordo-Liberaler und die sind selten zu finden. Die meisten Ordo-Liberalen sind keine Demokraten. Ich bin, wenn ich irgendwas bin, mit absoluter Entschiedenheit, ein entschiedener Demokrat, entschiedener kann man, glaube ich, gar nicht demokratisch sein als ich und gleichzeitig bin ich ein Hardcore-Ordo-Liberaler. Das nur am Rande. Das wird wahrscheinlich viele, die wissen, was Ordo-Liberalismus ist, abtüren, aber das sind die Leute, die mich ausgebildet haben und ich kann am Ordo-Liberalismus nichts Schlechtes finden. Nur gibt es halt viel zu wenig demokratische Ordo-Liberale. Die meisten sind autoritäre. Das ist ihnen oft aber selber gar nicht bewusst, dass sie autoritäre Ansätze verfolgen, wo dann wenige die Gesellschaft gestalten sollen für alle. Das ist also der autoritäre Ansatz schlechthin. Und deswegen sind die meisten Ordo-Liberalen entgegen ihrem eigenen Selbstverständnis autoritäre, tyrannische Denker. Aber das ist wieder nur am Rande. Dieses Buch heißt ja Pragmatismus als Anti-Autoritarismus, nur falls es in Vergessenheit geraten ist. Jetzt mache ich, glaube ich, noch einen Absatz und dann wird dieses Video definitiv viel, viel zu lang. Das ist wahrscheinlich jetzt schon definitiv viel zu lang, aber ich habe noch ein bisschen Kraft und da dieses, alle Videos sich eher nur an mir orientieren und an nichts sonst, mache ich jetzt weiter, einfach weil ich noch Kraft habe und Lust habe. Der letzte Absatz aus diesem Vortrag, den ich hier mache, der Vortrag geht noch viel, viel länger und wird wahrscheinlich noch viele, viele Videos kosten oder ermöglichen. So, Rorty schreibt im nächsten Absatz. Um in detaillierterer Weise zu zeigen, wie sich die Dinge aus panrelationalistischer Perspektive ausnehmen, komme ich jetzt auf meine These zurück, Zahlen seien ein gutes Modell für Objekte im Allgemeinen. Dem Common Sense oder zumindest dem westlichen Common Sense bereitet diese These Schwierigkeiten. Also er sagt, ich bin hier außerhalb des Common Sense und dazu, kleine Anmerkung, das ist die Aufgabe des Philosophen auch schon in der Antike gewesen. Also wer den antiken Begriff des Paradoxen versteht, also nicht wie wir es heute verstehen, in sich selbst widersprüchlich, performativer Selbstwiderspruch, sich selbst widerlegend, so verstehen wir oft das Paradoxe, war der ursprüngliche Begriff des Paradoxen viel simpler, paradoxer gegen die landläufige Meinung. Also es war die Aufgabe, des Philosophen unkonventionelle Dinge zu sagen, Dinge, die noch niemand zuvor gesagt hat, die also gerade dem gesunden Menschenverstand und dem Common Sense widersprechen. Das war die Aufgabe, also Querdenken ist ursprünglich die philosophische Tätigkeit schlechthin und ein Philosoph, der Dinge sagt, die alle anderen auch sagen, macht einen schlechten Job. Ja, also der Aufgabe des Philosophen ist, wenn er überhaupt eine Aufgabe hat, sich zwischen alle Stühle zu setzen, sodass ihn alle Kacke finden und gerade keine Partei zu bilden. Ja, also wenn du eine Partei hinter dir hast, hinter dir hast, lauter Leute sagen, wenn du sagst irgendwelche Dinge und dann schreit eine Menge, ja, genau, dann bist du alles möglich, aber kein Philosoph. Also dem wirklichen Philosophen stößt natürlich das zu, was Sokrates zugestoßen ist. Alle finden ihn kacke und er wird zum Tode verurteilt. Bis du da nicht bist, hast du für so einen schlechten Job gemacht. Dich müssen schon wirklich alle hassen. Solon war vielleicht ein Protophilosoph, weil Solon wurde von allen Parteien, zwischen denen er vermitteln wollte, in der Polis Athen angefeindet. Also wenn dich keiner mag, bist du entweder ein riesen Arschloch oder du machst alles richtig. Aber man kann schwer entscheiden, was von beiden. Ich hoffe, niemand nimmt mich ernst an dieser Stelle. So, zurück zu Rortys Text und dem letzten Absatz, den ich ja hier lesen wollte. Also, dem Kommensens oder zumindest dem westlichen Kommensens bereitet diese These, dass Objekte wie Zahlen sind, also Objekte im Allgemeinen so wie Zahlen, panrelationalistisch verstanden, werden können und sollten, bereitet diese These Schwierigkeiten. Denn es wirkt alles andere als einleuchtend, wenn man behauptet, dass sich die physischen, raumzeitlichen Gegenstände in der gleichen Weise wie die Zahlen in Netze von Relationen auflösen. Wenn es der Philosophie gelingt, Zahlen in Beziehungen zu anderen Zahlen aufzulösen, wird niemand über den Verlust ihrer substanziellen, unabhängigen, autonomen Realität trauern, also um den Verlust der Siebzehnhaftigkeit der Siebzehn. Aber wenn es sich um Tische, Sterne und Elektronen handelt, liegen die Dinge anders. Hier hat der Common Sense die Tendenz, sich querzustellen und zu sagen, man könne keine Beziehungen haben, ohne dass es etwas gäbe, was zueinander in Beziehung stünde. Also sozusagen die Gegenstände seien vor ihren Beziehungen. Und das ist also, man könnte sagen, die aristotelische, die platonische, die kantianische, die essentialistische These schlechthin. Und genau gegen die geht es in diesem Aufsatz von Rorty. Also er muss jetzt auch praktisch den Common Sense überzeugen. Das ist immer schwer. Mal sehen, wie er sich dabei anstellt. Gäbe es keinen harten, substanziellen, autonomen Tisch, der beispielsweise zu Ihnen und zu mir und zu dem Stuhl in einer Beziehung steht, oder der aus harten, substanziellen, elementaren Teilchen besteht, gäbe es nichts, was zueinander in Beziehung gesetzt werden könnte und somit gäbe es gar keine Relationen. Wie der Common Sense nachdrücklich behauptet, besteht ein Unterschied zwischen Beziehungen zueinander Entschuldigung, zwischen Beziehungen und zueinander in Beziehung gesetzten Dingen. Und diese Unterscheidung könne die Philosophie nicht durch Zerlegung aus dem Weg räumen. Und da mache ich jetzt willkürlich einen Schluss, obwohl es jetzt hier gerade erst spannend wird, einen Cliffhanger sozusagen. Und wie Rorty jetzt mit diesem Einwand des Common Sense umgehen will, hört, wer will, im nächsten Video, das ich in der Reihe mache. Wann ich es mache, weiß ich nicht, weil ich muss Zeit haben, Kraft haben und Lust haben. Und das ist manchmal tagelang nicht der Fall und manchmal ist es eben so wie heute. Dann mache ich zwei, drei, vier, fünf Videos, weil ich mich in einen Rausch rede. So, keine Ahnung, wann es weitergeht, aber wenn es weitergeht, geht es damit weiter, was hier am Ende steht. Nämlich, wie will Rorty mit den Einwänden des Common Sense, des gesunden Menschenverstands gegen die von ihm bevorzugte Position des Pan-Relationalismus umgehen? Wie will er den Common Sense davon überzeugen, dass Dinge nicht vor ihren Beziehungen bestehen? Das schauen wir uns dann im nächsten Video an. Wer will? Oder man kauft sich das Buch und liest es selber. Wer mag? Vielleicht besser ohne meinen Kommentar. Das meine ich ernst. Also wen wirklich Rorty interessiert und nicht mein Gelaber, sollte vielleicht eher Rorty lesen. So, Ceterum Censio, Isonomia am Esser Sortiendam. Im Übrigen erkenne ich die Tatsache an, dass die Isonomie, die Politi, die Demokratie gelost werden muss und es eben nur einen einzigen Weg gibt für uns Menschen in großen, in sich differenzierten Gesellschaften Demokratie zu realisieren. Und dann können wir uns aufnüllen, Sie können die Tatsache nicht die Kürtelau weinen. Die Tatsache nicht so gut ist, sie können die Tatsache nicht so gut oder wie ein tatsache nicht so gut ist.